Musik In eins der ältesten Häuser von Kitzbühel, ins Hotel Tiefenbrunner wurde am 17. Dezember geladen. Anlass dazu war die 200-Jahr-Feier, seitdem das Hotel im Familienbesitz der Brunners ist. Zahlreiche Gäste gratulierten und erlebten einen netten, unterhaltsamen Abend mit Rückblick auf die ereignisreiche Geschichte des Hauses. Wir befinden uns heute in einem sehr geschichtsträchtigen Haus, in einem Haus, das heuer 200 Jahre feiert, und zwar im Hotel Tiefenbrunner. Maria, eure Familiengeschichte, Hotelgeschichte geht ja sehr, sehr weit zurück. Auf was oder auf wem passiert eure Familiengeschichte? Also die Familiengeschichte passiert seit 1810. Da hat mein Stammvater, der Josef Steiner, den Tiefenbrunner vom Tiefenbrunner Martin abgekauft. Daher, wenn ich das kurz erläutern darf, der Name Tiefenbrunner kommt von der Familie Tiefenbrunner aus Kössen, die Bierbrauer gewesen sind und die damalige Brauerei, Gasthaus, gekauft haben. Ich glaube 1690 ist das gewesen. Und das dann bis 1810 geführt haben. Und dann ist der Josef Steiner von Mittersill gekommen und hat den Tiefenbrunner gekauft. Der ist verheiratet gewesen mit der Anna Dankl und hat dann eine Tochter gehabt, die Anna, die dann einen Schlechter von St. Jahan geheiratet hat, der unter anderem auch einmal Stanglwirt gewesen ist. Und geht die Geschichte weiter. Die haben dann einen Sohn wieder gehabt, den Jakob Schlechter, der verheiratet gewesen ist mit jemandem aus Bayern, die allerdings dann wieder zurück nach Bayern hat müssen, weil es keine Kinder haben können. Und dieser Jakob Schlechter dann mit der Maria Mamoser I. vier Kinder gehabt hat. Einer jedoch ist schon als Kind gestorben. Und der andere, der dann den Tiefenbrunner übernommen hat, war der Hugo Mamoser, mein Urgroßvater. Der war dann verheiratet mit der Maria Putz aus Kirchberg. Die Maria Putz hat dann eben Mamoser geheißen, das war die Maria Mamoser II. Die haben dann eine Tochter gehabt, das war dann meine Oma, Maria Mamoser III. Und die Geschichte ging dann weiter, dass der Hugo Mamoser leider Gottes im Ersten Weltkrieg gleich gefallen ist. Und Maria Mamoser II. den Franz Waltl geheiratet hat, den wahrscheinlich viele von Kitzbühel noch kennen werden. Und als der dann gestorben ist, hat meine Oma das Hotel übernommen, das dann meinen Eltern übergeben, die dann zum Beispiel hier im Hotel den ersten großen Umbau gehabt haben. Das war die größte private Baustelle in Tirol zu der Zeit. Ist auch ein Hallenbad dazukommen und ist dann halt so, wie es jetzt zur Zeit dasteht, gemacht worden. Leider Gottes ist mein Vater 1999 sehr früh verstorben und seitdem bin jetzt ich hier am Ruder. Das ist dein Tag, dieser Tag Der Blumen und Lichter Das Ist dein Tag Wer dich mag Denkt Das heißt, Maria, die Geschichte war sehr bewegt, es hat sich sehr viel getan und besonders interessant finde ich, dass das Haus ja nicht immer nur unter Anführungszeichen Hotel war, es war ja auch Post eine kurze Zeit lang, diente als Post, das war eine Pferdewechselstelle, aber glaube ich auch ganz wichtig, in der Kriegszeit war es ein Lazarett und eine besondere Bedeutung, wie du schon gesagt hast, kommt oder kam der Brauerei zu. Ja, also Bierbrauerei, es ist schon länger als 1690, weil dieser Tiefenbrunner damals eben schon Bierbrauer gewesen ist und das vorher schon eine Bierbrauerei da gewesen ist. Der letzte Sud ist dann nach dem Ersten Weltkrieg gewesen und der Maria Mamoser der Zweiten und seitdem ist keine Brauerei mehr, das ist dann der Felsenkeller worden, den dann unter anderem auch die Brauergäle gehabt hat. Wir haben allerdings jetzt Huberbier, wo wir sehr stolz sind drauf und das wahrscheinlich in Zukunft noch weiter haben werden. Und in der wievielten Generation führst du jetzt das Haus, Maria? Ich bin jetzt die siebte Generation, die achte ist allerdings auch schon beim Zeug, das sind meine Kinder, der Helmut, der Markus und die Teresa und ja, ich hoffe, dass das die nächsten 200 Jahre so weitergeht. Der Grundstock von mir ist gelegt, es liegt jetzt an meinen Kindern, das weiterzuführen. Ihr habt ja wirklich einen sehr, sehr guten Grundstock gelegt und dass es hier bei euch im Haus alles passt, beweist auch den Zusammenhalt bei den Mitarbeitern. Ich habe gesehen, du hast von deinen Mitarbeitern anlässlich der 200 Jahre Feier ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Ja, das ist diese Fahne da, die ich gestern bekommen habe und die mich wirklich sehr freut. Ja, sie sind einfach ohne meine Mitarbeiter ganz nicht und ich habe sehr viele Mitarbeiter, da haben wir auch heuer schon eine große Ehre gehabt. Wir haben 50 Mitarbeiter, wobei 35 Mitarbeiter schon mehr als fünf Jahre im Betrieb sind. Die haben wir dann natürlich geehrt und einige sind schon seit 25 Jahren da und ja, auf das bin ich schon sehr stolz, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter gehabt haben oder immer noch haben. Ich bin so happy as can be.